So, meine lieben Freunde, neues Fußball-Video, neues Hertha-Video. Ja, heute gab es die beiden Pressekonferenzen. Meine Spielvorschau mit taktischer Analyse, meinem Tipp, wie müssen wir spielen, wie werden wir spielen, wer wird fehlen und so weiter, gibt es morgen um 10 Uhr auf YouTube, heute geht es hier um die Gerüchte mit Brunner, die gab es ja schon seit gestern, ob der vielleicht zu Hertha wechselt, da war es aber nur so ein Transfermarkt.de-Thread, jetzt ist es ein richtiges Gerücht von einer Tageszeitung. Es geht um Santi, der eventuell bei Leipzig im Gespräch ist, das können wir abwägen. Es geht um unser neues Trikot und es geht um Mbappé, also eigentlich will ich mich zu so einem random Thema gar nicht äußern, weil da wird genug drüber geschrieben, aber das Thema wühlt mich dann doch schon auf als normaler Mensch, sage ich mal, und als Fußballfan, weil ich das einfach abartig finde, was da passiert. Darum geht es jetzt hier in diesem Video, bleibt dran, wenn es euch interessiert, heute um 20.15 Uhr bin ich sehr, sehr stolz und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle sofort ranklickt und alle, auch wenn ihr sonst vielleicht nicht kommentiert, alle einen Kommentar da lasst und ein Like da lasst und das Video auch teilt mit Leuten, vielleicht die meine Videos bisher noch gar nicht geguckt haben, weil Dennis, äh Dennis eigentlich schon, Hammer Graphics hat sich mega Mühe gegeben bei unserem Stadion-Vlog, ähm, ja, wird Blockbuster-Zeit, 20.15 Uhr mit keinem Happy End leider, aber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da alle einschaltet und morgen für alle, die leider nicht nach Hamburg reisen können, wie zum Beispiel mir, ähm, dann hoffe ich ab 18 Uhr spätestens der Stream, vielleicht bin ich ja sogar früher draußen, aber ich glaube, viel früher wird es nicht, ähm, freue ich mich natürlich auch sehr drauf und bin natürlich auch schon mega aufgeregt. Ja, es gab mal wieder ein Trikot-League, keine Ahnung, wo der Ursprung jetzt her ist, ich versuche es euch mal, hier, sagen wir mal, hier einzublenden, ähm, ich habe mich ja sehr, sehr negativ darüber geäußert, wie das Trikot so gestylt ist mit dem schwarzen, äh, Applikation am Kragen und am Ärmel, wenn das Trikot jetzt so am Ende aussehen würde, wo die Schürze hier ein bisschen weniger mit weiß ist, finde ich, sieht schon deutlich besser aus, also sieht schon kaufbar fast aus, ähm, Auswärtstrikot gehe ich immer noch davon aus, dass das, was da geleakt wurde, ein Pre-Match-Shirt ist, aber werden wir ja dann sehen, äh, hier gibt es auch noch so schöne, ne, ihr seht das ja, so schöne Applikationen in den blau-weißen Streifen, das sieht, das gefällt mir dann doch schon besser, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das kaufe, letztes Mal war ja hier wie so eine weiße Schürze, das sah aus wie von einem Pfarrer oder so, katastrophal, also das würde ich nehmen, aber ganz ehrlich, ich weiß, ihr sagt jetzt alle, was interessiert mich hier ein Trikot, was interessiert mich Transfers, ja, klar, aber ein bisschen ablenken können wir uns ja trotzdem, morgen geht es ja dann um den Vorbericht, Ertanathor könnt ihr euch auch geben, da haben wir ja auch über das Spiel morgen gesprochen, auf meinem Zweitkanal, äh, ja, lasst uns hier ein bisschen, äh, mit ablenken, indem wir über solche Sachen sprechen, so finde ich das Trikot auf jeden Fall ganz okay, könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr jetzt diesen neuen Entwurf, der da geleakt wurde, so findet, ja, Mbappé, gestern kam die Nachricht, eigentlich hat da gar keiner mehr dran geglaubt, jeder ist davon ausgegangen, der wechselt zu Real Madrid, ja, und jetzt bleibt Mbappé in der tollen französischen Liga bei PSG, ja, 23 Jahre ist der Mann jung, 160 Millionen ist sein Marktwert laut Transfermarkt.de und ohne Frage, das wird auch einer der besten Fußballer der Welt werden, ob er so ein Messi- oder Cristiano-Status erreicht werden, wird man sehen. Mir ist in letzter Zeit oft aufgefallen, dass er, vielleicht wirkte es auch nur, aber sehr arrogant wirkte, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das ist nicht mehr der Mbappé, den ich früher von Ars Monaco kannte, wo der einfach frei aufgespielt hat, aber seine Statistiken sind einfach krank, könnt ihr euch selber reinziehen, ist natürlich einer der besten Spieler der Welt auf jeden Fall, aber das, was da passiert, ist einfach krank, ja. Er verlängert jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall kriegt er 300 Millionen Signing Fee. Was ist Signing Fee? Das bedeutet, er kriegt 300 Millionen Euro dafür, dass er dort verlängert. Das ist kein Gehalt, das ist eine einmalige, ja, Handgeld, einmalige Unterschriftsvergütung und zusätzlich kriegt er 100 Millionen Euro netto im Jahr. So, jetzt sagen wir mal, das ist ein Vierjahresvertrag, dann hat er 700 Millionen gemacht, bis er 27 ist. Und da muss man einfach sagen, das ist völlig geisteskrank, weil das entsteht ja nur aus seinem Vertrag. Er verdient ja auch noch Geld mit Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir wirklich mal, also guck mal, ich bin ja immer so ein Verfechter, ich mag das nicht eigentlich, Leute immer zu sagen, ja, die verdienen so viel, die scheiß Millionäre. Nö, finde ich nicht. Wenn es so einfach wäre, könnte ich es ja auch machen, kann ich eben nicht. Ja, und ich finde auch, dass ein Cristiano Ronaldo und ein Messi und so weiter, die können alle sehr, sehr viel Geld verdienen, weil sie sind die Besten ihres Fachs. Aber ich verstehe auch, dass man das Bestmögliche rausholen will, weil das Geld ist ja scheinbar da bei PSG, woher auch immer das am Ende stammt, ja. Aber das ist wirklich irgendwann schon pervers, weil wir müssen uns jetzt mal überlegen. Ich glaube, Cristiano Ronaldo ist Milliardär geworden mit Mitte 30, aber nicht wegen seiner Gehälter. Ich weiß gar nicht, was der, der hat auch teilweise 50 Millionen netto verdient, aber da muss man auch ehrlich sagen, der hat ja auch eine 15-jährige Karriere hingelegt, die seinesgleichen sucht. Nicht nur auf dem Fußballfeld als Vollprofi, sondern eben auch neben dem Platz. Der ist eine absolute Kultfigur, eine absolute Vermarktungsfigur. Das ist der Fußballer der letzten 15 Jahre zusammen mit Messi und natürlich von der Aufmerksamkeit auch nochmal deutlich mehr als Messi. Also wenn du dir den als Verein holst, der hat ja die meisten, müsst ihr euch mal vorstellen, der hat die meisten Instagram-Follower von allen Personen, Menschen auf der gesamten Welt. Mehr als diese Kylie Jenner, mehr als, wie heißt die andere, Kim Kardashian und so weiter. Der hat die meisten Instagram-Follower auf der ganzen Welt. Und da kaufst du natürlich, unabhängig davon, dass du einen unfassbar krassen, mit den besten Fußballer der Welt einkaufst, kaufst du natürlich auch eine unheimliche Aufmerksamkeit mit ein. Also Marketingaspekte. Du hast wahnsinnige Trikotverkäufe, die teilweise schon Ablösesummen von ihm locker wieder reinholen. Du hast Zuschauer im Stadion, du hast eine Medienpräsenz und so weiter. Aber jetzt hier bei Mbappé, der hat ja erst fünf Jahre Karriere. Und ich bin mir sicher, dass Ronaldo noch nie in vier Jahren so viel Geld, vor allem nur mit Fußball, verdient hat. Vielleicht hat er, der ist ja mehr der nicht geworden nur durch Fußball, sondern durch seine ganzen Werbeverträge und so weiter, weil er eben diese Person ist. Er verdient das nur mit Fußball. Also ich bin mir sicher, der wird in drei Jahren oder so mit seinen ganzen Werbeverträgen Milliardär sein. Und natürlich versucht man immer für sich und seine Familie das Beste rauszuholen. Aber irgendwann, gut, ich will ihm auch nichts vorschreiben, das soll jedem selber überlassen sein. Ich weiß ja auch nicht, was er alles Soziales macht. Aber wenn du, das habe ich schon immer gesagt, wenn du Milliardär bist und so viel Geld verdienst, dann beruf dich doch mal auf deine Wurzeln. Also ganz ehrlich, wenn ich so unfassbar viel Geld finde, okay, PSG zahlst. Aber dann spende doch die Hälfte. Ey, wenn der die Hälfte spendet, verdient der immer noch in vier Jahren 350 Millionen. Das müsst ihr euch ja mal vorstellen. Der kriegt 100 Millionen Euro im Jahr. Also aus sozialer Sicht, vor allem die Leute, die sich das angucken. Wir können ja aus Deutschland sprechen. Da gibt es Leute, die sind sehr, sehr sozial schwach, auch in unserem eigenen Land. Aber guckt euch mal auch Leute an, die vielleicht aus anderen Ländern Fußball schauen. Egal jetzt woher. Die müssen da für 50 Euro im Monat jeden Tag 14 Stunden arbeiten. Und der verdient so viel Geld. Also das ist natürlich ein Spiegel der Gesellschaft. Die Schere geht immer weiter auseinander. Das ist nun mal das System. Können wir jetzt auch nicht ändern. Aber sowas will ich einfach nicht supporten. Und ich muss ehrlich sagen, PSG war mir schon immer unsympathisch. Und jetzt, also von diesem Klub will ich mir keine... Ich hoffe, dass die niemals irgendwas gewinnen. Von diesem Klub will ich mir nichts angucken. Und das Krasse ist, dass im Vertrag ja auch noch drin steht, damit schaden die sich selber völlig. Ich verstehe gar nicht, was das soll von PSG. Die haben dem ein Mitspracherecht bei zukünftigen Trainern und Sportdirektoren eingeräumt. Was bedeutet denn das? Der kann, wenn ein Trainer nach Leistung aufstellt und der MAP bringt nun mal keine Leistung und sagt, nö, du spielst nicht. Ja, dann setzt er da, macht er da Druck auf die Vereinsführung und sagt, hier, in meinem Vertrag steht, ich habe mit Entscheidungsrecht, ich will einen neuen Trainer. Und genauso beim Sportdirektor. Beim Sportdirektor, der ja am Ende sein Vorgesetzter eigentlich ist und seine zukünftigen Vertragsverhandlungen führt, da hat er dann Mitspracherecht. Das heißt, er kann sich einen reinholen, der im nächsten Vertrag noch mehr Geld bringt. Also das ist doch völlig krank. Hinzu kommt auch noch, dass er auch noch ein Mitspracherecht bei weiteren Käufen und Verkäufen hat. Also unabhängig davon, dass es absolut pervers ist, ja, diese Summen, dass es absolut pervers ist und das noch in Corona- und Kriegszeiten, ja gut, Kriegszeiten haben wir immer, da braucht man jetzt nicht von Ukraine-Krieg reden, Krieg haben wir immer, aber in Corona-Zeiten, dass es absolut pervers ist, ist es auch völlig dumm, meines Erachtens nach, vom PSG, weil die haben eigentlich quasi jetzt die Geschicke, natürlich darf er nicht alleine entscheiden, wer Trainer und Sportdirektor wird, aber er hat ein Mitspracherecht, die haben entscheidende strategische Geschicke mit in die Hand eines 23-Jährigen und seines Beraters gelegt. Also für mich ist das völlig krank und ich hoffe, ich hoffe, weil das ja auch nicht gesund sein kann für ein Mannschaftsgefüge, ich meine, die haben mehrere Stars, also nicht nur Mbappé einen Star, ich hoffe, dass das für das Mannschaftsgefüge so katastrophal ist, dass egal wie viel Geld die da reinpumpen, die niemals die Champions League gewinnen, niemals, niemals, niemals. Also das ist wirklich, nachdem viele gestern geschrieben haben, RB Leipzig gewinnt einen DFB-Pokal, das ist der Tiefpunkt des deutschen Fußballs, das ist auf jeden Fall für mich der absolute Tiefpunkt des gesamten Fußballsports. Das hat für mich mit Fußball auch nichts mehr zu tun und das finde ich einfach nur krank. Ja, du kannst auch sagen, ja, auch vier Millionen Gehalt ist krank für einen mittelklassigen Spieler bei Hertha, ja, aber das ist noch was anderes als das, was wir hier sehen. Also das finde ich wirklich, finde ich wirklich sehr, sehr beschämend, das ist mir fast schon unangenehm. Ich gucke mir sowieso keine PSG-Spiele an, aber ich glaube, das ist jetzt der Verein, den ich auf der ganzen Welt, also es gibt keinen Verein, den ich unsympathischer finde als PSG, den gönne ich wirklich nichts. Javier Tebas ist der Chef der La Liga in Spanien und der hat sich auch sehr kritisch geäußert, aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen, ganz ehrlich, ist Barcelona und Real Madrid jetzt wirklich besser. Na klar, die haben jetzt vielleicht nicht irgendeinen Scheich im Hintergrund, aber die nehmen die ganze Zeit auf Staatskosten immer weiter Schulden auf, haben gefühlt eine Milliarde Schulden und hätten ja auch viel Geld ausgegeben. Die hätten vielleicht keine 100 Millionen Gehalt gezahlt, aber dafür 50. Der regt sich jetzt auf, weil er natürlich nicht in die La Liga kommt, was er sich gewünscht hätte, aber trotzdem sind natürlich die Sachen, die er sagt, richtig. Wo ist das Financial Fair Play? Das frage ich mich, aber wie gesagt, da braucht sich die La Liga auch nicht rausreden, wo ist bei denen das Financial Fair Play oder wo ist teilweise in England das Financial Fair Play? Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Klub, diese FIFA? Was ist denn das für ein Haufen? Was ist denn da Financial Fair Play? Laut Transfermarkt.de hat PSG trotz Verkäufen ein Transferminus in den letzten sieben Transferperioden, nicht in sieben Jahren, in sieben Transferperioden von 550 Millionen Euro gemacht, also knapp 80 Millionen Minus pro Transferperiode. Und der hat da ein ganz gutes Beispiel gebracht, natürlich haben die Trikotverkäufe, natürlich kommen die auch in der Champions League weiter und kriegen da Preisgelder, natürlich haben die viel Aufmerksamkeit durch Messi, Neymar, Mbappé und Co. So, aber ein Ligue 1, T-Tel bringt denen 45 Millionen. Wo entsteht, wo sind da diese Einnahmen bei PSG, dass man das rechtfertigen könnte, dass das aus selbst erwirtschaftetem Geld kommt? Also da fehlt mir jegliches Verständnis, ich glaube, da gibt es keinen, der das anders sieht. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann aber bitte auch fundiert, weil ich das nicht verstehe. Ich finde es wirklich, ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein, ich finde es pervers und respektlos gegenüber allen Menschen auf der Welt. Mal gucken, mal gucken. Ich meine, natürlich wird er sich auch sozial engagieren und so weiter, aber das ist wirklich, also da fällt mir nichts mehr zu ein. Wie gesagt, vielleicht messe ich da auch mit zweierlei Maß, wenn ich sage, bei Cristiano ist es okay, dass er ein Milliardär geworden ist, aber das ist irgendwie, der hat sich die komplette Karriere aufgebaut. Kann man jetzt auch drüber streiten, ist ein Milliardär okay, generell zu sein, es ist ein anderes soziales Thema, aber das ist für mich, also das ist für mich wirklich, ich weiß gar nicht, wie man sowas noch überbieten soll. Ich weiß wirklich nicht, wie man sowas noch überbieten soll. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, für mich, zumindest im letzten Jahr, war der beste Stürmer der Welt Robert Lewandowski und der verdient nur, was ja auch schon völlig geisteskrank ist, 25 Millionen netto, das ist ja nichts. Das ist einfach ein Viertel. Ist jetzt Mbappé viermal so gut, plus diese Signing-Fee, diese 300 Millionen, das ist ja völlig klar. Ihr müsst euch überlegen, in Frankreich gibt es einen relativ hohen Steuersatz, da hat sich ja Ibrahimovic damals drüber schon aufgeregt bei PSG. Also zahlt jetzt tatsächlich, über den Daumen gepeilt, zahlt jetzt tatsächlich PSG 200 Millionen Gehalt im Jahr an Mbappé. Das heißt, die geben jetzt, na klar, die mussten keine Ablöse für ihn zahlen, aber die haben ja eine 300 Millionen Signing-Fee, ist ja höher als jede Ablöse, die man sich vorstellen kann. 300 Millionen Signing-Fee plus vier Jahre lang 200 Millionen, also sie zahlen über eine Milliarde für vier Jahre Mbappé. Wie sollen die, das könnten die nicht mal einspielen, wenn die in allen vier Jahren die Champions League gewinnen würden. Nicht mal dann könnten die das einspielen. Also für mich ist das völlig irre, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. So, dann kommen wir jetzt zu den Hertha-Gerüchten. Santi Ascaciba laut einem Threat, ja TH-Schwäche, ich weiß, im Transfermarkt.de-Forum soll Santi Ascaciba, ob jetzt Abstieg oder nicht, werden wir ja morgen sehen. Soll der im Gespräch sein bei RB Leipzig, das halte ich für relativ gewagt. Weil erstmal, Santi ist ein super Fußballer. Klar, wir haben ihn viel zu überteuert geholt, für 10 bis 12 Millionen, sagt man so. Jetzt hat er noch einen Marktwert von 7,5 Millionen, ist damit einer der wertvollsten Spieler von uns. Hat noch zwei Jahre Vertrag, also da könnte man auch ein bisschen Geld mitmachen, das muss man vielleicht auch machen. Ich finde, es ist ein super Arbeiter, der bringt immer den Kampf auf den Platz und auch von der Emotionalität und von der ganzen Führung her, die wir auf dem Platz viel zu wenig haben. Das ist alles richtig. Aber fußballerisch, ja klar, er ist ein Zerstörer-Sechser, aber fußballerisch hat er doch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und gerade bei diesem Ballbesitz, Fußball, den Leipzig spielt, diese schnelle Hin- und Hergepasse, finde ich überhaupt nicht. Er könnte kämpferisch auf das Niveau kommen, der Leipziger. Also da ist er vielleicht so, vielleicht brauchen die auch genau so einen Kämpfer, vielleicht haben die nicht so einen Zerstörer, aber ich frage mich, wie der da fußballerisch reinpassen soll. Und ich habe mir jetzt auch noch mal das zentrale Mittelfeld angeschaut, den Kader von RB Leipzig, zumindest mal nur die Top-Spieler. Da ist ein Kampel, der ist 31, der hat gerade erst seinen Vertrag verlängert. Der spielt zentrales Mittelfeld bis 2024. Die haben Tyler Adams, der ist erst 23, hat noch Vertrag bis 2025. Kampel vielleicht eher so der Zerstörer, Adams dann doch eher so der Fußballer, der auch auf einer 8 agieren kann. Dann haben sie einen Haidara, der vielleicht auch auf der 8 oder der 6 spielen kann. Dann 24, hat auch noch Vertrag bis 2025. Und noch ein Leimer, der 24 ist. Ich spreche jetzt nicht mal von den zentralen offensiven Mittelfeldspielern, wie ein Dani Olmo, sondern ich spreche eigentlich nur von den Achtern und Sechsern. Leimer, gut, da könnte es sein, dass er im Sommer geht. Hat ja wohl Angebote sogar von Dortmund und Bayern gehabt und aus dem Ausland. Ist 24 Jahre jung, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, wenn Leipzig mit ihm nicht verlängern kann, müssen sie ihn auch in diesem Sommer verkaufen. Das heißt, da könnte ein Platz frei werden. Aber dann haben sie immer noch vier zentrale Mittelfeldspieler, die nicht offensiv orientiert sind, plus noch zwei, drei Talente. Also den Transfer halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Wenn wir absteigen, wird Santi wahrscheinlich gehen. Ich meine, gut, mit Stuttgart ist er damals auch runtergegangen. Aber nach einem halben Jahr haben wir ihn da ja dann geholt. Ich weiß nicht, ob er sich das ein zweites Mal antun will, der Santi. Ist jetzt 24 oder 25 im besten Fußballer, Alter. Wäre auch einer, womit man noch Geld machen kann. Man muss ja auch sagen, der Transfer wurde damals von Michael Pehpunkt ausgehandelt. Das heißt, wenig Gehalt wird er nicht kriegen. Wenn wir einen Zweitligaspieler für 10, 12 Millionen holen, dann wird er schon so seine zwei Millionen im Jahr verdienen. Das kannst du ja immer so ein bisschen an der Ablöse erkennen, was dann am Ende auch das Gehalt sein wird. Also vielleicht verdient er sogar mehr. Wahrscheinlich können wir uns ihn ebenso wenig wie ein Toussaint in der neuen Saison leisten, egal ob wir in der ersten oder in der Zweitliga bleiben. Unabhängig davon, dass ich immer finde, dass das noch einer ist, der mir vom kämpferischen her am besten gefällt. Ja, dann, wie gesagt, das halte ich für unrealistisch, dass er zu Leipzig geht, aber vielleicht zu einem anderen Bundesligisten oder in die La Liga oder irgendwo anders hin. Ja, Cedric Brunner ist ein 28-jähriger Rechtsverteidiger von Arminia Bielefeld, die ja gerade abgestiegen sind. Er ist Schweizer, 1,80 groß, hat einen Marktwert von 3,2 Millionen, wurde auch schon verabschiedet bei Bielefeld und wird seinen Vertrag dort nicht verlängern. Gestern war da der Transfermarkt-Thread offen, also da gab es wieder Gerüchte von Insidern, Quelle, vertrau mir, Bruder. Jetzt berichtet aber die Westfälische Zeitung auch, dass er vorm Absprung steht und da sind zwei Namen gefallen, unter anderem Hertha BSC als auch der HSV. Vielleicht will sich Brunner erst dann entscheiden, wenn er weiß, wer nun tatsächlich nächstes Jahr in der ersten Liga spielt und dann entscheidet er sich entweder für den HSV oder für Hertha BSC. Aber es soll wohl auch noch ein anderer Bundesligist interessiert sein. Ich meine, er ist 28, er ist kein Schweizer Nationalspieler, aber will er jetzt wieder runtergehen, nachdem er zwei Jahre Bundesliga gespielt hat und auch Angebote von Bundesligisten hat. Wir suchen auf jeden Fall händeringend nach Rechtsverteidigern. Klar, wir haben Eitschberger, mal gucken, wann der soweit ist, um auch im Profibereich spielen zu können. Gut, in der zweiten Liga wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Wir verlieren wahrscheinlich Pekkerik, wissen wir noch nicht genau. Wir verlieren Klünter, das heißt, wir brauchen, Seevolk kommt zurück, aber den werden wir wahrscheinlich nicht auf den setzen. Das heißt, wir brauchen einen respektive zwei weitere Rechtsverteidiger und wir brauchen meines Erachtens nach endlich mal einen, der auch ein bisschen Wind nach vorne macht. Pekkerik, alles gut, ist ein absolut verdienter Herthaner. Die letzten Dekaden bei uns absoluter Musterprofi. Ich habe es gestern schon mal gesagt, der wiegt sein Essen ab und so weiter, sonst wäre er mit 35 auch nicht mehr so fit. Ist nicht mehr der Schnellste, aber war auch noch nie der Außenverteidiger, der jetzt wie ein Platte offensiv für Akzente sorgt, der irgendwie Flanken schlägt, die dann zu Toren führen oder so. Und das ist Cedric Brunner auch nicht. Also ich will mich gar nicht beschweren, dass so eine Leute im Gespräch sind. Das ist für mich kein Überspieler. Aber ganz ehrlich, wenn der zu Union wechseln würde, würde ich wieder sagen, ja, super Transfer, ablösefreier Bundesligaspieler, der wird durch die Decke gehen und hat ja auch 3,2 Millionen Mark wert. Die Frage ist halt nur, ist das wirklich so eine langfristige Lösung, der uns wirklich offensiv weiterhilft? Also Daniel Acosta ist jetzt auch nicht der beste Offensivspieler, aber den hätte ich mir, glaube ich, da schon eher gewünscht. Aber es ist zumindest mal einer im Gespräch, der Deutsch spricht, der die Bundesliga kennt, der nicht aus der weiten französischen Liga kommt. Vielleicht muss ich ja darüber mittlerweile schon dankbar sein. Er hat jetzt diese Saison eigentlich schon als Stammspieler agiert, 27 Spiele gemacht, kein Tor, eine Vorlage. Insgesamt hat er für die Bielefelder 111 Pflichtspiele bestritten, drei Tore, acht Vorlagen. Also da sieht man schon, naja, so richtigen Offensivdrang hat er nun nicht. Beim FC Zürich hat er auch, da wo er vorher gespielt hat und auch aus der Jugend kamen in der Schweiz, 103 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Pekarik zum Beispiel, der für uns 220 Spiele, sechs Tore, 13 Vorlagen gemacht hat, ist das einfach fast genau die gleiche Bilanz. Also man sieht, wir würden auf jeden Fall wieder vielleicht einen defensiv stabilen holen. Ablösefrei ist immer gut. Einen, der die Bundesliga kennt, einen, der Deutsch spricht, der würde sicherlich die Defensive auch stabilisieren. Aber gerade das, was uns ja fehlt, der Zug nach vorne, der würde jetzt von dem Rechtsverteidiger meines Erachtens nach nicht so ausgehen. Und die Frage ist halt auch, welches System will man spielen. Also wenn du so einen Spieler holst, ist eigentlich für mich eine Fünferkette ausgeschlossen. Das ist für mich absolut kein Schienenspieler. Aber ganz ehrlich, wenn wir in der zweiten Liga absteigen sollten, dann wäre es ein stabiler Transfer, muss man sagen, wenn der dann halt zu uns kommen würde, wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir in der ersten Liga bleiben, ja, dann wird es ungefähr so das Pekarik-Niveau sein, aber eben auch nicht mehr. Das muss man für mich meines Erachtens nach sagen. Ihr könnt ja mal sagen, vielleicht habt ihr mehr Bielefeld-Spieler gesehen als ich und sagt, nee, du schätzt den völlig falsch, ein Brunner ist der Bringer. Das ist der Rechtsverteidiger, den muss man verpflichten, gerade wenn er ablösefrei ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich ja über jedes Transfergerücht, was nicht aus der zweiten englischen, französischen, koreanischen Liga ist. Weil da kann man wenigstens davon ausgehen, der spricht Deutsch, der könnte vielleicht in die Teamchemie passen. Der rackert auch, ja, der kennt die Bundesliga. Da bin ich ja schon fast ein Freund von, ja. Also wäre für mich auf jeden Fall sinnvoller, als wieder jemanden aus einer ausländischen zweiten Liga zu holen oder einen Ersatzspieler aus der ausländischen ersten Liga, die meines Erachtens nach vielleicht noch schwächer ist als die Bundesliga. Also ich könnte es mir vorstellen, wenn wir absteigen, dass er uns da weiterhilft in der Bundesliga. Ja, haben wir das gleiche in dem Vivo wie vorher, aber so richtig aufs nächste Level, meines Erachtens nach, würde er uns nicht geben. Schreibt mir da zu beiden Themen gerne die Meinung in die Kommentare. Ja, und nachher, wie gesagt, 20.15 Uhr freue ich mich, wenn ihr euch den Vlog gebt und den weiter teilt. Ich bin wieder mal sehr, sehr begeistert von der Arbeit von Hammer Graphics. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen auf Twitch. Und alle 6.000 bis 8.000, die wirklich noch Tickets in Hamburg bekommen haben und da hinfahren, gebt alles. Sorry, vielleicht ist es unser letztes Bundesliga-Spiel. Ich hoffe es nicht, aber meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Ansonsten, wie gesagt, morgen 10 Uhr, das Vorschau-Video. Macht's gut, ihr Edelmänner. Ich hab euch alle lieb und edel Damen und wir sehen uns auf Twitch und YouTube. Bis dann, ciao.